So Leute, heute wollte ich euch diesen GTV Schloss hier zeigen und zwar der ist halt Edelstahl glaube ich oder nicht, keine Ahnung, weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall sieht er so aus. Hier steht auch schon die Länge und zwar 31x45. Ja, hier sieht er so aus von vorne, also wenn der Schloss drin ist, so sieht er dann aus. Hier steht dann halt noch GTV, also die Firma mit dem Vogellogo oder was es ist, weiß nicht ganz. Und ja, hier auf der Seite steht nichts. Hier sind dann halt noch diese Pins, so sehen die aus. Und ja, so eine Form für den Schlüssel, also die sieht so aus, ist etwas anderes als bei den anderen Schlössern, die ich gezeigt habe. Also die ist etwas anders. Und ja, also die gab es glaube ich beim Flohmarkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich den Schloss gekauft habe, aber ja, so sieht er auf jeden Fall aus. Das sind die Schlüssel. Hier waren eigentlich glaube ich drei Schlüssel drin, aber der andere liegt irgendwo anders, weiß auch gerade nicht genau, wo der ist genau. Und ja, so sieht der Schlüssel aus, also beide sehen genau gleich aus. Hier noch so einen Ring dazu, der andere ist auf dem Ring, der andere nicht. Und ja, die Schlüssel haben auch so eine Form. So sehen die Schlüssel aus. Hier natürlich das GTV-Logo mit so einem Muster hier. Hier oben kann man ihn halt noch auf den Ring tun. Und ja, das war es eigentlich. Und die Schraube sieht eigentlich, also ist eigentlich ganz normal. Also das ist ja auch nicht die originale Schraube, die vom Schloss ist, sondern das ist einfach irgendeine Imbussschraube, die ich genommen habe. Ich glaube, die habe ich bei Bauhaus gekauft und ja, hat keine Spitze, wie man sehen kann. Hier ist schon ein bisschen grau, das heißt, ich habe sie schon mal verwendet, diese Schraube in irgendwo reingedreht, ja. Und ja, halt ganz normalen Kopf. Die ist auch Standardlänge, also die hat eine Standardlänge, ist eigentlich nichts Besonderes mit dem 5-Gewinde, also Schlossgewinde für den Schlosszylinder. Und ja, eigentlich ist das eine ganz normale Schließzylinder-Schraube. Ja, das war es mit dem Video. Like das Video und abonniert den Kanal. Ja, ciao.